aber es ist ein richtig guter so hier sind wieder dr hubraum und professor vollgas wir haben uns jetzt hier ich weiß man sieht er nicht so gut die honda cb aber ans laufen gekriegt warum geht denn meine lampe jetzt nicht so richtig gut so da ist das schmuckstück hier ne da so so honda so nicht der kaffee rechterumbau ich reich jetzt mal dem lucas hier die kamera und die lampe und jetzt achte mal mal auf den sound ich habe den vergaser heute erst auseinander gehabt die hat ist seit 2003 abgemeldet die schweiz haben wir gerade jetzt umfüllen müssen wie viel haben wir halt zwei nachts oder zwei oder drei ich weiß es nicht hauptsache funktioniert na das war noch nichts noch mal ich hab die ventile klackern jetzt auf das mal laufen oder juhu 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 hau 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 hau